Aber was sagst du zu Bayern? Nee. Warum? Ich glaube, Bayern ist an sich von der Landschaft her mega geil. Aber ich finde, ich in Bayern wohnen. Warum? Also ich habe das Gefühl, München wäre das einzige, wo ich hinziehen wollen würde. Also ich würde schon gerne in einer relativ großen Stadt wohnen. Und ich habe das Gefühl, in München wohnen eher nur so Loser. Also nein, aber ich habe das Gefühl, München ist so voll verbont. Da wohnen so Bonsen. In meinem Kopf ist München so ein bisschen wie Düsseldorf. Da wohnen nur so Bonsige Atzen, Bro. Alles ist so triple den Preis von überall anders. Und du hast so einen Mix aus so neureichen Vollidioten, die denken, sie wären die Überkrassesten. Und so alten Säcken, die man nicht verstehen kann. So stelle ich mir München vor. I don't know. Aber München ist so optisch mega geil. Also ich war jetzt...